So jetzt sind wir wieder am Meer angekommen auf der Südseite Siziliens. Bei uns ist es nach wie vor tierisch heiß. Da bauen wir jetzt ein, wie weißt du das Zeug Simone? Granita a Limone zum Abkühlen für die Simone. Und der Laden in dem wir sind natürlich spektakulär cool. So schaut sie aus. Also Abkühlung verdient würde ich sagen.